Thomas Morgenstern, Gratulation zu Platz 2. Wir haben dich ja schon lange eingeladen, gestern haben sie uns das Licht genommen, aber ganz stark gesprungen. Du hast deine Lockerheit wiedergefunden, gerade im Flug. Kam das jetzt von einmal oder hast du daran richtig gearbeitet? Nein, ich habe natürlich sehr daran gearbeitet. In letzter Zeit habe ich immer sehr viele Telefonate geführt, sehr viele Videoanalysen gemacht, sehr viel mit den Trainern geredet. Und ja, schlussendlich habe ich mit sehr vielen Dingen, die ich überall irgendwo zusammengeklaupt habe, sehr viel angefangen können und habe das probiert umsetzen. Und mittlerweile habe ich das Feeling wieder gefunden, wie mehr Hockey, mehr Position sozusagen ausschauen soll. Und das hat eigentlich gleich gefruchtet. Und nachher war das einfach ein sehr geiler Wettkampf heute auf sehr hohem Niveau. Und Gratulation an die Deutschen auf alle Fälle, Severin Freund und Richi Freitag. Also was Besseres, glaube ich, können wir uns für die Turnier nicht wünschen. Ja, der Länderkampf, der Länderkampf ist quasi eröffnet, aber ihr versteht euch ja alle, man hat gesehen, jeder gratuliert, jeden ist ja keine Feindschaft. Es ist wirklich sportlicher Ehrgeiz und Wettkampf. Auf alle Fälle. Nein, ich verstehe mich sehr gut mit den zwei Jungs. Sehr coole Typen, sehr sympathische Typen, die man einfach auch so miteinander reden kann. Und es ist schön. Also so ein ehrlicher Kampfgeist irgendwo dabei zu haben. Und heute war der Richi einfach dennoch besser und deshalb habe ich gerade der Hut gezogen. Also ich werde probieren, da mich Step by Step weiterzuentwickeln, weiter mehr Selbstvertrauen tanken und nachher in Engelberg meine nächste Chance wahrnehmen und auf alle Fälle im Hinblick auf die Turnier Step by Step weiterkommen. Gut, und du bist ja auch ein cooler und sympathischer Typ. Uns geht ja dann gleich weiter in Engelberg nächste Woche. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Danke, ich würde euch.